Dann starten wir die Aufnahme auch wieder für YouTube. So, Pause ist vorbei. Schön, dass ihr noch da seid. So. Holy fuck. Kommen wir jetzt mal gerade auf das Spielgeschehen zurück von eben. Sorry, dass ich manchmal den Chat nicht ganz mitkriege, aber wenn das so heiß hergeht wie eben gerade. Ihr habt ja mitgekriegt, dass ein paar Mal ich echt gerade so wow, echt ums Überleben gekämpft habe. Ich weiß, dass ihr viel Freude dran habt, dass ich sterbe. Bisher war es noch nicht der Fall. Diesmal war es sehr knapp davor. Wow, das hat die ganzen Alphas, die zwischendurch kamen. Diese blöden Big Daddies mit den Autogeschützen. Die Big Sister eben gerade im engen Gang. Oh, ich habe gedacht, das war eine gute Idee. War eine scheiße Idee. Die ist auf dem engen Gang sowas von mobil. Auf offenem Gelände geht die wesentlich besser. Jau, mach das Negern. Aber schön, dass du erst mal da warst. Ich habe keine Ahnung, wie lange das hier noch geht. Also was hier nachgleich noch kommt und was nicht. Wie gesagt, Bioshock hat noch nie gespielt gehabt. Auf jeden Fall, wie gesagt, sehr schön, dass ihr alle da seid. Wir machen jetzt weiter. Und wir haben übrigens erfahren, dass die Big Sister anscheinend eine der ersten Little Sisters ist. Und dass sie irgendwann Probleme haben, Little Sisters neu zu generieren und müssen dazu an die Oberfläche. So. Genau, wir speichern erstmal. Ich weiß gar nicht, hatten wir eben gerade kurz vor 8? Ja, hatten wir gespeichert. Ja, Razor. Schick, dass ihr da warst. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe aber das Gefühl, dass das nicht schön wird. Kosphorschrot. So, wir kontaktieren ihn. Okay. Das Ding sieht einfach nur riesig aus. An alle Mitarbeiter. Subject Delta ist hiermit entlassen. Geleiten Sie ihn vom Firmengelände. Nein. Ich will ihn nicht. Ich werde wieder stehen. Okay, das war jetzt ein bisschen, äh... Ich würde sagen, das war ein bisschen... Oh, ich habe noch Panzerbrechen. Oh, komm, 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 komm. Irgendwo war noch eine Medi-Station, ne? Sovielu, irgendwo war noch eine Medi-Station. Hier habe ich noch ein Granat. Wie kannst du es machen? Du willst mich überlisten mit dieser... Bestechungs-Aktion. Diesem Almosen. Diesem... Haar der Büchenen. Ich verschluche dich, Delta. Okay. Ich habe echt Schiss davor, diesen Dreckskasten aufzumachen, ne? Das ist kein Scherz, ey. So, äh, äh, Panzerbrechend. Ich habe ja Gott sei Dank eben noch so ein bisschen Geld bekommen. Ja, guckt euch dieses Ding an, ey. Klumpen Fleisch. Okay, und du? Okay. Nehmen wir den genetischen Schlüssel. Du hast den Schlüssel zu Lamps Versteck, Junge. Jetzt brauchst du nur noch zu der Oxifil-Station zu gehen und ihn benutzen. Joa. Tun wir das doch mal. Es ist vollbracht. Mit dem Druckknopf zur Entsorgung der Proben auf der Bedienpaneele vor Ihnen, schicken Sie einen massiven Stromschlag in den Tank. Mehr als ausreichend, um mich zu töten. Egal, was ich sage, um Sie davon abzuhalten, hören Sie nicht auf mich. Der Mensch, der ich einmal war, existiert schon lange nicht mehr. Okay. Während mein Geist erlischt, muss ich an das Leid denken, das Eleanor wird ertragen müssen. Und Mitleid übermannt mich. Aber ich kann nur meine Gebete anbieten. Vielleicht können Sie nach meinem Tod mehr ausrichten. Und jetzt bitte ich Sie, mir Frieden zu schenken. Leben Sie wohl, mein Freund. Und meinen aufrichtigen Dank. Okay. Ich meine, ganz ehrlich, als was ist das Ding mutiert da oben, ey? Äh, da dann, kann ich... Ich habe jetzt auch kein Österreicher in der Liste. Ähm, müsste man mal rumfragen. Wie gesagt, aber ich wollte, sobald ich was weiß, schaue ich auch nach. So, wir gehen wieder unter Wasser, weil wir müssen anscheinend wieder zurück. Ähm. Ich hasse diese Meldung. Ach, guck mal, was mir gerade einfällt, ne? Ich habe vorhin vergessen, euch, äh, in der... Ach, guck mal hier, eine Oxygen... Genetisch einen Schlüssel einführen? Ach ja, genau, da tut sich ein Geheingang auf, ne? Irgendwas war doch da. Und jetzt? Fahr mit dem Fahrstuhl nach unten. Äh. Ah, voll gut. So. Huh. Okay, wir scheinen jetzt ans letzte Level zu kommen. Zumindest hieß es ja, dass es das Versteck von ihr. Hm, Karte gibt's nicht. Okay. Oh, Story. Elinor's Zustand könnte sich letztlich als Segen erweisen. Frühere Splicing-Tests ergaben null Genschäden aufgrund ihres Zustands als Little Sister. Es scheint, dass sie unser neues Medium ist. Dies läuft allerdings nicht auf eine reine Persönlichkeitsspaltung hinaus. Rap-Chess Genie wird in ihrer neuen DNA kodiert sein. Und es wird sich willkürlich in den gewünschten Erscheinungsformen zeigen. Ein Utopist kann nicht auf einen einzigen Wurf des genetischen Würfelspiels beschränkt werden. Wenn es nötig ist, wird sie Komponistin sein, Tänzerin, Ingenieurin. Sie wird wahrhaft die Tochter des Volkes sein. Hm. Heißt das, ich bin gleich am Ende, Leni? Leni, wenn du mir das hier sagst? Verstehe ich das richtig? Kommt jetzt der Endkampf? Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, das ist der Endkampf. Das Level eben gerade war echt anstrengend. Ich hatte eben schon das Gefühl, dass ganz Rapture da war. Was hat der Chat denn für eine Nachricht geschluckt, Denny? Ich sehe deine Nachrichten doch. Alles klar, ich soll speichern. Das hat dann aber auch der Hitbox-Chat geschluckt, weil den habe ich immer noch separat offen. Da hier ja die Haupt-Community ist. Das ist nicht groß. Eif? Geil. Guck mal. Ich glaube, das ist ein Abgrund und es leuchtet. Was ist das? Ein blaues Licht. Was tut es? Es leuchtet blau. Na, aus welchem Film ist es? Alter, so ein langer, schlauchiger Gang, ne? Da kommt doch jetzt irgendwas. Ja, ja, sobald es leuchtet, ich habe mich abgehört. Uh, ein Licht. Papa, komm schnell. Ich sitze in einem Käfig fest. Irgendetwas stimmt nicht. Papa, kommt. Es gibt keine Little Sisters. Ich frage mich, Delta, weißt du, warum du hier bist? Hast du überhaupt eine Ahnung, was meine Tochter dir gegeben hat? Wenn ich dich jetzt so ansehe, beneide ich dich um deine Unwissenheit. Du glaubst immer noch. Nee, nee, wenn du sagst, jetzt lache ich noch, ne? Dann macht mir das Sorgen. Vorm Endkampf wird normalerweise ja nochmal richtig aufgedröhnt, ne? Power to the people. So, Upgrade für Streubomben. Hm. Zusätzlich Munition wird jedem Schuss hinzugefügt, sodass sekundäre Explosionen im weiten Umfeld ausgelöst werden. Perfekt, um richtig aufzuräumen. Oh yeah. Hm. Hm. Oh Gott, ey. Daddy's home. Alter, das ist doch der Endboss hier. Wollt ihr mich denn... Guck mal, das... Obwohl... Der Gang ist lang, ne? Was ist hier? Okay. Eve? Hm, Story. Persephone. Die geheime Heimat von Sinclair Solutions. Ich habe gegen Ryans Vision von der großen Harmonie gewettet. Hab ihm einen abgelegenen Ort geboten, wo er die hinschicken konnte, die nicht ins Konzept passten. Und jetzt sitze ich in meinem eigenen, privaten Think Tank. In Utopia sollte es eigentlich keine politischen Gefängnisse geben müssen, oder? Aber wenn man so lange dabei ist wie ich, dann riecht man schon, was kommen wird. Und wo sich ein Geschäft auftut. Was riechen wir denn? Na, hier haben wir alles. Ja. Muss mich jetzt dran gewöhnen. Die Sicherheitsnadel läuft langsamer. Die ist rot. Ist das ein Magma? Oder ist das einfach... Oh, habe ich mich verjagt. Äh, ja. Ey, das ist noch Endboss. Obwohl, hier geht es immer noch weiter, ne? Aber... Das stinkt einfach so dermaßen. Ich liebe ja diese Spannung, ne? Kurz bevor du denkst so... Oh fuck, ist es das? Ist es das? Überall wird aufgebaut. Du kriegst Level... Also du kriegst Verkaufsautomaten, du kriegst Munition, du kriegst Equipment. Und du gehst mal so jeden Schritt, den du machst so... Fuck, wo ist ein Gegner? Es ist jetzt nicht ein Gegner da gewesen. Das ist sie, mein Junge. Eleanor Lamb. Egal, was du jetzt empfindest, jetzt geht's ums Ganze. Mach diesen Käfig auf. Sie kommt mit uns. Ähm, ich überlebe da eigentlich ganz gut auf dem Weg zur Arbeit. Das geht ganz gut. Ihr seht ja... Alles, was ich meine. Hier liegt alles randvoll. Okay. Gendatenbank. Und ganz ehrlich, ich bezweifle, dass ich dieses scharfer Beobachter jetzt noch brauche. Was bauen wir uns denn noch ein? Guck mal hier, Schadensforschung. Erhöht den Wert der Schadensboni durch Forschung. Das ist doch schon mal... Also so verstehe ich es, dass meine... Alle Bonis, die ich durch meine Forschung freigeschaltet habe, dass die, äh... mehr Damage machen. Ich habe auch keine Little Sister mehr. Äh... Länger drehen... Länger drehen... Nehmen wir noch den Elektrosturm rein. Ist egal. Für mich stinkt das halt sowas nach, Endboss. Für alle Fälle. You never know. Hier, Verbandskästchen. Verkaufsautomaten... Verkaufsautomaten... Bandagen... Finde Elena Lamp. So komme ich... Ich kann nicht über Kerzen laufen. Bisschen viele Fernsehgeräte, ne? Warnung. Quarantäneverriegelung wird die... Ey, yo! Das ist ein Bummi. Wie wird sie uns in Erinnerung behalten nach diesem Moment? Ich habe meine Schachzüge ausgeführt, wie erwartet und du auch. Ist es das, was sie gehofft hat? Mutter und Vater sehen sich über sie hinweg in die Augen. Doch wir sind immer noch blind. Leb wohl, Subject Delta. Und fasse Mut. Denn zumindest du bist deinem Vermächtnis entkommen. Und was kommt da? What the fuck? Könntest du bitte sterben? So, das war Nummer 1. unterscheiden wäre es erst. Was ist alle alle Controls? Es geht nicht um dessen. Dann denke ich dirsiolate sie. Erst wieder! Wucht. Pr Studium Ja, mach mal da in der Ecke Ja, mach mal da in der Ecke Ja, ne Beeilung jetzt Aber mir erstmal zwei Big Sister in den Hals schmeißen, ne Ist klar Äh Der hat Wunschvorstellungen Ja, hier liegen noch immer genug Midi-Kids Worauf wartest du, Junge? Hier quipp mich hoch für den Scheiß, der vielleicht noch kommen sollte Und zack, wird gehetzt Echt volle Möhre, ne Äh Ich dachte gerade, hier kommt Oh, naja, egal was ich Puh, Mama Mia Okay Antipersonen Ne, Schrotflinte Schrotflinte ist super Dein Signal reicht ab, Junge Ich sehe und höre nichts Irgendwas in dem Raum blockt mich ab Todeskampfwurz Egal, mach schnell Ja, ne Natürlich ist auch meine Tochter Weißt du, warum Eleanor dich hergeholt hat Sie wollte einen Vater Sie hat einen Weg gefunden, dich wieder herzustellen Körperlich und geistig Und sie hat dich ständig beobachtet Und sie vergötterte dich für jede deiner Taten Aber ich bin ein guter, Teddy Das Mädchen da auf diesem Bett Ist nun nicht mehr meine Tochter Auch nicht mein Lebenswerk Sie ist ein Monster Geformt alleine durch dich Wie sie es immer wollte Du bist ja ein Monster Noch 20 Sekunden Aber ein Detail der Bindung zwischen euch Ist ihrer Aufmerksamkeit entgangen Dein Körper ist darauf ausgelegt Ins Koma zu fallen Wenn ihr Herz aufhört zu schlagen Nein Eleanor Nein Da ja wohl nicht wahr sein What the fuck Sein Körper stellt jetzt seine Funktionen ein Auf natürliche Art Aber wenn er an einem Trauma stirbt Taucht er irgendwo wieder auf Höchste Sicherheitsstufe zu jeder Zeit Niemand betritt diesen Raum Bevor er gestorben ist Neu-Serdat Vater, ich bin es, Eleanor Es tut mir so leid Mutter hat mein Herz angehalten Lange genug um unsere Bindung aufzulösen In meiner Nähe zu bleiben Rettet dich nicht mehr vor dem Tod Oder noch Schlimmeren Aber ich kann dir trotzdem helfen zu entkommen Diese Little Sister hat etwas für dich Das dir erlaubt sie unter deine Kontrolle zu bringen Ernsthaft Hä? Du hast nur die Kontrolle über deine Little Sister Und du kannst nur Luftschicht benutzen Um Adam von Leifen zu erinnern Nein, wie geil Ich weiß, das fühlt sich seltsam an, Vater Aber du kannst jetzt durch ihre Augen sehen Und ihr sagen, wohin sie gehen soll So habe ich dich zurückgeholt Ohne dass Mutter etwas gemerkt hat So, jetzt musst du erstmal hier raus Aha, wie geil Der Hammer Allein das Diese Idee Ist grandios Wie darf denn eine Little Sister spielen? Ach, schade Jetzt wäre es schön gewesen, wenn es eine Passage gegeben hätte Guck mal, alles gepolstert Das wäre geil gewesen Wenn man noch den Gang hätte selber krabbeln können Aber allein die Idee, dass ich jetzt eine Little Sister Guck mal, hört mal die Fußstapfen Man hört richtig, dass es barfuß ist auf Holz Voll cool Ja, wie, aber echt Das ist richtig geil gemacht Und alles hier in Seide Ach, schade Ich dachte, jetzt kriege ich noch so ein kleines Platschgeräusch mit Immer erst dahin gehen, wo der Fall nicht zeigt Ach, das ist der Raum von eben Okay Ja, das ist der eine Raum, bei dem ich eben nicht reinkam Ach, guck mal, das ist ein Big Daddy Alpha Serie Das ist doch nicht Alpha, oder? Doch, könnte sein Ich sage, dann wird jeden Tag Holzfüße confirmed Der ist nice, Bumbi Wie niedlich, ey Super genial Also ihr habt Du bist drin Da sollte irgendwo ein Hebel sein Zieh ihn, dann werden unsere Zellen entriegelt Hm Ihr habt nicht übertrieben Als ihr mir gesagt habt Bioshock 2 ist besser als Bioshock 1 Ja In so vielen Belangen Was Bioshock 1 Bioshock 2 vorhat Ist diese erste einmalige Story Die dich fesselt Also du weißt ja schon hier Du bist ein Rapture Die und die Background Und sowas so Aber Das Gameplay Das Design Die Ideen Die sie in Bioshock 2 noch verbessert haben Richtig, richtig gut Auch, ähm Das Schießen Das reine Aim ist wesentlich besser als im ersten Teil Guck mal, dieses Detail hier Die haben alles ausgehangen in Seide Ich meine, wie pervers teuer muss das gewesen sein Ja, den DLC machen wir direkt danach Weil Bumbi kennt zum Beispiel den DLC gar nicht Und du, Cesarix, hast mir gesagt Ähm Achtung Augustus Sinclair wurde in dieser Einrichtung gesehen Er wird versuchen, zu Subject Delta zu gelangen Alle familiären Pflichten sind ausgesetzt Bis er gefunden ist Cesarix hat mir schon gesagt, dass es unheimlich gut sein soll Guck mal, so geil Der Big Daddy hier mit den Schraubenzieher im Auge Ah, so ne Plüschpuppe will ich gerne Ha! Secret? Story! Je näher Delta kommt, desto mehr verändert sich Eleanor Im Schlaf murmelt sie etwas, das sie Stationen seines Aufenthalts hiermit erlebt hätte Sie beginnt sich der moralischen Konditionierung zu widersetzen Eleanors Bindung an Delta Verwandelt die Tochter des Volkes zurück in ein rebellisches Kind Dessen Dessen Stimme ich nicht erkenne Schlimmer noch Ich habe den Verdacht, Eleanor hat etwas mit Deltas Rückkehr zu tun Ich fürchte, um sie zu trennen Muss ich Maßnahmen ergreifen, die Die ich mir selbst nicht verzeihen kann Alles gut, Saddam Ihr müsstet selber wissen, ob ihr zuschaut oder nicht Ja klar, werdet ihr gespoilert Aber ihr kriegt ja mit mir, wenn ich das spiele mit euch Zusammen live das Erlebnis Das ist ja fast so, als würdet ihr es auch spielen Nur, dass ihr euch halt beömmelt, wenn ich hier stehe und Panik kriege Den Spaß habt ihr dann nachher nicht Dann könnt ihr euch nur totümmeln, wenn ich das hier mache Was passiert? Will ich das rausfinden? Da glitzert irgendwas, ne? Ich will rausfinden Ich kann nicht mal speichern Das Geld Bup, 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 bup Was Mutter mit mir gemacht hat, hat mich sehr geschwächt Sonst würde ich diesen Teil selbst übernehmen Aber um dein Leben zu retten, muss ich mich umziehen Um endlich auch so stark zu sein wie du Von hier solltest du die Teile eines Big Sister-Anzugs finden können Bitte, bring sie mir Wir verwandeln Enola jetzt in eine Big Sister? Not even kidding Passt das schon Bitte was? 18 Zentimeter Plüschneu? 1000 Euro? Ernsthaft? Ey, ich will das Eve Daddy is so strong Oh yeah, I am Ich kann ja rumlaufen und machen, was ich will Ich kann zwar nicht springen, aber Hey Guck mal, wie geil hier die Teddys mit den Hüten Dann kann ich mir das Geld ja vorne vom Tisch auch noch holen Ich war ja etwas rar Dann kann ich mir wenigstens nachher vernünftig Muni holen Ich will das Geld haben Alles mit Seidebehangen, ne? Mama mia Oh Oh Oh, sieht trotzdem Porno aus Ja, das glaube ich Leni, du machst mich neidisch Danke Okay Also diese Schlange soll wahrscheinlich die Gesellschaft darstellen Der Big Daddy, den Rapture Und das soll die Menschheit retten Gehe ich jetzt von aus, dass das das darstellen soll Ob den nun so ist? Lass es da hingestellt sein Ach, ihr Feuer Ja, hm Ich hab' ich da Geld gesehen Nee Guck mal Engel sammeln Oh, wie cool All good girls gather Das haben die schon geil gemacht Hä? Gibt's ne Zeitverschiebung? Sehen die Little Sister das alle so? Ernsthaft? Das wär ja äußerst amüsant, wenn die Little Sisters das alle so sehen Müsse noch mal ein bisschen Geld Komm her, verfluchte Scheißball Ja Okay Okay Oh, ich will die da haben Daddy meet Aunt Gracie Hier ist ein Teil des Anzugs, Vater Bitte finde die restlichen und bring sie mir Ich wollte gerade sagen, dass sie hier wie ein Kleid dargestellt Wow Wie abgefuckt Was für zwei krasse Unterschiede von der Welt her Hier war's ein Kleid, da hast du's nen Anzug Tja Wie friedlich das Ganze wirkt Plüsch Ja, voll cool, ne? Zehn Jahre, Vater Gefangen in diesem Fiebertraum Mutter hat mich mit Drogen vollgepumpt Um mein Geist mit Adam zu perfektionieren Aha Für sie ist das ideale Kind ein Genie Das ohne Wenn und Aber dem Allgemeinwohl dient Davor hast du mich bewahrt Gern geschehen Oh, da kann ich wieder klettern Will ich da klettern? Wo komm ich denn da hin? Ich hab doch ne Karte Ich kletter einfach mal Ich kann anscheinend ja auch sicherlich wieder zurückklettern Und rein in die Luke Na, wo kommen wir raus? Oh Wo sind wir denn? Ah, okay, das war ein Sonderraum Ah So abgerotzt So Ecke In der Realität Und dann sowas Ha Einfach zwei Welten Ah, ja, okay Hallo Ich will nur spielen Aufziehhaie So, mein Asche Nehmen wir Dalla 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 Bills Ja Wow Daddy meets Uncle Äh, was Stanley Okay Hier ist es ein Kopf Und da ist es Was ist das? Oh Oh, sorry Okay Sie sind jetzt Sie sind jetzt meine Hände Und meine Augen Besser noch Wir haben Vaters Körper gefunden Und eine Genprobe genommen Die Mädchen verstecken die Proben In diesen Puppen Die wir immer gemacht haben Es ist nur eine Frage der Zeit Bis ich den Dreh raus habe Einer der Weiter Chambers So zu manipulieren Dass sie seine genetische Signatur sucht Und dann Ich kann es kaum erwarten Mutters Gesicht zu sehen Das glaube ich Okay, den Helm haben wir Geil gemacht Echt Geil Engel Die anderen Sisters Sind aus mir geschaffen Vater Teilweise Wenn sie in Rapture aufwachsen Empfinde ich alles mit ihnen Als du bei den Kleinen warst Haben sie dir wie einem Vater vertraut Wegen mir Ah Deshalb Und so schließt sich der Informationskreis Ja Weiter geht's Er ist mal direkt in die Schlagader Yummy Natürlich doof, dass ich die Mod Vorhin rausgenommen habe Ich weiß nicht, ob ich dann hätte Mehr Adam bekommen Aber Ach schade Ich dachte, hier ändert sich noch mal Die Sequenz Nun gut Was sagt die Karte denn? Oh, hier ist der Quarantäne-Raum Da kam er noch nicht rein Okay Oh, der ist kaputt gemacht worden Das ist eine Big Sister Okay Und jetzt? Hier links, ne? Zum Offen, ja Quarantäne-Raum müssen wir sicher legen In einem hatte Mutter recht Ich habe dich beobachtet, Vater Ich habe mir angesehen, wie du andere behandelt hast Und jetzt weiß ich, wer ich bin Story Mutter sagt, mein Zustand ist letztlich ein Segen Dauernd erinnert sie mich daran Dass ich einzig dazu geboren wurde Um ihre Ideale zu fördern Und jetzt will sie mich überreden Mich mit dem gleichen Cocktail zu splicen Der Dr. Alexander in den Wahnsinn getrieben hat Sie glaubt, mein Zustand macht mich immun gegen die Schädigungen Die Erdoberfläche ist meine einzige Chance auf Freiheit Aber Mutter nahm mir den einzigen Menschen, den ich von oben kannte Und ermordete ihn vor meinen Augen Vater Wenn ich nur einen Weg finden könnte, ihn zurückzuholen Lieber Chat, das habe ich schon mitbekommen Dass die Little Sisters anscheinend die Welt so wahrnehmen Aber ich finde es halt lustig Dass in dem Fall, wo sie dann anfangen, das Adam abzusaugen Dann wieder in die Realität zurückgeholt werden Also das ist die Wahrnehmung der Little Sisters hier Das habe ich schon mitbekommen Aber trotzdem, danke für den Hinweis Ich bin frei Nach allem, was Mutter mir angetan hat Ich lebe und bin noch so weit bei Verstand Dass ich neugierig bin, wie die Sonne aussieht Als du meine Sisters gerettet hast Habe ich zum ersten Mal seit Jahren Hoffnung gespürt Ja, ich sag, es wirkt wie eine Zeitverschiebung Ne? Komm ich hier einfach so rein? Ja Komm ich Keine Zeichnung Oh, da la da da Bild hier Ja, das war die Toilette spülen Oh yeah Oh, 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 oh Hier, da sind die Flüsch-Teddies Okay Jetzt tue ich das gleiche für alle anderen Angefangen bei der hier Wir haben es geschafft, Vater Bald bin ich da Geile Story Alles Lügen Nichts Lügen, Bugler Bei diesen Anzügen musste ich immer an dich denken, Vater Ich sehe dich wohl immer noch als Retter in glänzender Rüstung Aber jetzt werde ich für dich kämpfen Yeah, wir haben eine Big Sister Also, wir haben eine Tochter Nimm dieses Plasmid Damit kannst du mich in einem Kampf an deine Seite rufen Oh ja Und wie ich das tun werde Ruf die Big Sister, damit sie an ihrer Seite kämpft Achtung Kein Bündnis wird ewig Ah Schade eigentlich Wow, dieses Gequieke, ne Das geht mir immer noch voll auf die Nüsse Hat das wahrscheinlich all das, was ich vorhin eingesammelt habe, ne Ich hab so viel Adam jetzt Kann ich das nochmal irgendwo ausgeben Oh ne, das geht jetzt hier raus Ich will nicht Ich hab kein GG mehr Also kein, äh Gasgarden mehr Moin Sai Alles fehlt Ich glaube, wir steuern auf das Ende zu Von Bioshock 2 Zumindesten düngt mir den Ich speicher Okay, wir fangen mit Nieten an WasWestli Er? Ich bin Flammer Ich bin 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 Das Feuer bin ich etwas besser. Na komm, komm, komm. Ja, 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 das machst du dir so gut aus. Oh, was hat er da gehört? An der Oberfläche will man uns nicht haben. Heute Nacht werden wir als Familie begraben, Seite an Seite. Oh Gott, sie will das Gebäude in den Graben stürzen lassen. Da geht's Meilen nach unten. Wir müssen Sinclair finden. Ich habe jetzt eigentlich Geld, ne? Was kann ich denn hier? Riefspritze. Äh, Splittergranaten. Ach, ja. Kann ich hier nochmal rein? Hab ich vielleicht irgendwas übersehen? Nein, kann ich nicht rein. Das wäre zu schön gewesen. Nieten. Ja, den sollten wir nochmal hacken. Oh, da gab's was gratis. Eine Splittergranate, das ist ja schön. panzerbrechend das war mein geld so auf in den kampf was sagt mein mein ding sagt auch faktas ich lerne nicht ich weigere mich einfach zu akzeptieren das eis schlecht ist das ist der unterschied eiskräfte sind super das ist das ende oder ganz ehrlich leute obwohl auch gott sei dank ich dachte doch noch nicht das ende schnell hast du die karte gesehen mädchen das habe ich dir nicht beigebracht papa hetzt nicht genau darum hetzt papa nicht das ist sinclair rettungs urboot vater da vor dem fenster es ist unsere einzige chance zu entkommen wie ich sinclair kenne würde er es nicht einfach aufgeben ja was ist mit sinclair der mann der das paradies verkaufen wollte wo ist er jetzt ich wusste euch gefällt schließung aus sicherheitsgründen alle zellen und schotten werden bis auf weiteres geschlossen danke wo ist der gegner spawn diese einrichtung hängt über einem ozean sollte die fresse halten die brüder und schwestern haben sprengladungen mit zeitzündern an den fundamenten angebracht er gibt dich bevor sie detonieren nein ehrlich gibt es jetzt echt ein zeitspiel aber gott sei dank nicht Mutter hat ganz Persephone abgeriegelt auch die Gangway zum Rettungs-U-Boot wir können die Schließung aus dem Gefängnistrakt heraus aufheben wenn wir uns beeilen komm benutze das Plasmid wenn du mich brauchst Vater ich muss mich umsehen knusprig wie kann man nur so lange schreien obwohl man schon tot ist ah gut zu wissen dies ist ein Notfall Subject Delta ist entkommen Eleanor Lamb hat sich gegen ihr eigenes Volk geraten steht fest und kämpft oder die Familie Raptures wird gemeinsam fallen Na, na, wer ist der größte Ficker? Ich bin's Oh So Find ich gut Ich tue sie nicht alle hacken wenn ich sehe dass ich sie brauche hack ich sie Ich hab halt festgeschabt am Anfang gemacht weil ihr mir das gesagt habt aber äh ich hab's bisher selten gebraucht wo ich heute ja kurz davor war zu verrecken ne? also muss ich ja auch mal sagen so close vorm verrecken war ich noch nie Nochmal ein Shutdown Okay Och, geil Ja So 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 was haben wir denn noch im Angebot Krynha 2 nehmen wir auf jeden fall mit kann man bei nächster gelegenheit aber ich bin eigentlich mit dem aktuellen stand ganz zufrieden so ach wenn die gehackt sind können die sich dann ich dachte die können sich teilen egal ob es gehackt ist oder nicht das so wiederum wusste ich nicht okay dann hacken wir die medistation guck ich dachte mal ist ja egal wenn ich sie hacke oder nicht gegner heilt sich ja trotzdem mir denkt ich sollte mal wieder auf die mg gehen weil hier liegt jede menge ok mein gott ist das schwer geworden zu hacken da will ich rein andere seite ne andere seite ok gott sei noch nicht zu ende halt die welt an ich geschauke was war das wir müssen dich aus rapture rausschaffen vater nur so kann ich dich noch retten ok das klingt als ob jemand so ein rohr kotzt mach die tür auf ich komme oja da wollte hat lust auf ein paar extras muni 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 oh story ist over sieht aus als wäre sinclair abgesägt worden diesmal war er nicht gerissen genug sich im amt zu halten aber wenigstens hat man ihn nicht gleich erschossen lamp hat bewiesen dass sie das ohr der breiten bevölkerung hier unten hat es wird also schlau sein eine weile mit zu spielen zu sehen was sie macht sie sagt sie lässt mir mein pöstchen hier im gefängnistrakt solange ich sie mit testpersonen für ihre therapie experimente versorge kein problem ein paar rehabilitationsmaßnahmen tun den dreckskern hier nur gut was macht man die uhr da weint was so wir speichern einmal wir haben es jetzt kurz vor neun wir machen jetzt gleich einmal noch mal fünf minuten pause das heißt ich kann auch einmal für youtube noch mal die aufnahme stoppen ich muss mich mal pipi das heißt wir sehen uns gleich wieder in circa fünf minuten meine freunde